Willkommen zurück zum Super Mario Land 2 6 Golden Coins Und es geht weiter bei Mario Zone bei seiner Zunge So, ich habe einen neuen Abonnent bekommen Damit möchte ich mich herzlich bedanken Ich hoffe es kommen noch viele weitere neue Abonnenten Und ich hoffe es freut mich Ich hoffe es freut euch Meine Videos natürlich Und ich versuche mich auch so gut wie es geht zu verbessern Dass ihr exportiert gleich Und die Qualität hier Ja, es kommt drauf an Wie hoch das Video ist und wie tief Ich habe es auf das höchste HD eingestellt Und für den neuen Nicht wunderfalls ist mit dem Hochladen Lange dauert bis es bei euch ankommt Wir haben zwar ein gutes Internet Ja, sehr gutes sogar Aber unser Internet hängt sich sehr sehr oft auf Also daher kann es sein, dass es manchmal leider lang dauert Oder Dass es schnell kommt Es ist unterschiedlich Ich hoffe es ist schnell kommt Ah, verdammt Hätte die Mann, meine Stimme ist auch Ja Gewöhnt bedürftig Und Da hätte ich die Blume gebraucht Feuertum Natürlich 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 Ne Ein Clown Horrorclown Jawohl Angst vor Clown habe ich nicht Nein Ich habe nur Von Spinnenangst Alles was mit Spinnen zu tun hat Spinnen Knäbberwicht Alles was mit Spinnen Sorte ist Habe ich Angst Nur Spinnen Sonst wirklich rein Gar nichts So Hier schauen wir mal nach Könnte eng werden Was Also das ist jetzt eine Verrasche Oh Wie knapp Das war jetzt eine Verrasche Ich dachte Es wäre irgendwas besonderes Stern oder Oh Was weiß ich Aber Ein Leben Geht auch Lieber ein Leben Als ich gar nichts Oh Nicht verpacken Nicht verpacken Jawohl Noch ein Clown Ich bleibe hier mal oben Nein Bleibe ich nicht War mir zu gefährlich Warte es war schon Okay Mal sehen Ob wir heute wieder Zwei Welten schaffen Oder nur eine Weil jetzt haben wir nur Eine Welt geschafft Sehr schön Drei Drei Leben Perfekt So War schon der Boss Kein Secret Ne Ich glaube Es gibt es kein Und natürlich Lego 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 hat bestimmt schon mal Einer gespielt Ja Ich nur in der Schule Aber so daheim Äh War ich mit der Konsole beschäftigt Ganz selten in der Leben Also So her fast nie Oh Goomba Aber ich kriege jetzt mal hier rein Und Wow Bomben Äh Bomben Sag ich schon Minzen Minzen ohne Ende So Ah ja Diesen Sonntag Ich freu mich schon Total auf die Folge Von Drangball Super Und zwar Son Goku Ultra Und sing Spannung pur Ich freu mich schon Mega drauf Da bekomme ich Immer wieder Gänsehaut One Piece Freu mich Freu ich mich zwar auch Aber bei One Piece Ist es in letzter Zeit Nicht so spannend Weil Ja Die Spannung Wieder auftaucht Dauert ein paar Folgen Also Lange lange Wartezeit Und ja Ich hoffe es wird wieder spannend Bei One Piece Aber ansonsten Was Was ist Oh Schöter Boss Ein Schwein Mein Kinesisches Stellenzeichen Eigentlich bin ich Ist mein Stellenzeichen Skorpion Aber als Kinesisches Stellenzeichen Bin ich Ein Schwein So Der Nummer 2 Sprengt Der erste Schwein Hat Gerollt Nummer 2 Sprengt Und Nummer 3 Ah Sprengt noch höher Also so Ja Oval Oder was Was ich Sprungfeder Geil Ich werde immer besser Das was ich jetzt erst seht Ich habe diese Da war die Münze reingesetzt Ihr seht doch diese Tür Diese Tür steht drauf Madeline 2 Das wäre jetzt erst aufgefallen Ich mache jetzt erst sechs Das hier Gibt es zwei Secrets Oh Eine meiner Lieblingswelt Weil es so creepy ist Oh ja Jason Horrorfilm Ich liebe Horrorfilme Über alles Aber es so viel Sind Glaubeilig Spannend Ist also für mich Jetzt halt Nein Ich habe Mein Fede verpasst Ähm Ja Verloren Meine Karotte Mensch Nein Nicht nochmal Und Lieblings Horrorfilm Ist auf allerfälle Schon paar mal Sehr auf der Welt So Ist auch Wie ja Ich habe die Flüge Wieder Es auch Wie so Scream Cleavage So Ja Gehtmäßig Und Paranormal Activity Aber nicht alle Folgen Nur ein paar Am besten Der dritte Teil Und Bloody Mary Dabei ist Ganz kurz Und Ghost Dimension Also die beiden Teile Sind richtig Richtig geil So Ja Anime Wie schon oft Erwähnt Drankball Z Drankball Super Und One Piece Ah Verdammt Und auch Anohana Die Blume Die wir jeden Tag Sauen Sorry Zornig In In Part Was Mein Lieblings Anime Oder Sonstiges Ist Sein Nur Sammeln Nein Hier hätte ich Das Ding Gebraucht Da 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 Verflucht Ein Vampir So Kurz Konzentrieren Jawoll Und Sonst Ja Ja Okay Ich wollte eigentlich Die Karotte Aber naja So Gab es nicht hier Diesen Secret Ich glaube ja Ich glaube hier Gab es den Secret Doch Dies Level Muss 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 So Nein Sehr Schön Ein Pils So Nein Ja Wo war er noch mal Wo war er noch mal Gefährlich Ah sie Schieß Ein Das Ding Der Feuer Ball Name Nicht Ein Verdammt Der war gut Der war gut Oh man Secret Schaffe ich glaube ich Nicht mehr ohne Flügel Der braucht Was Gott die Karotte Glaube ich Jetzt Woll Der war knapp Mindestens Hier ist Sehr Wichtig Ja Ein Pils Sehr Schön Pils Ja Oh ja Sehr Sehr Schön Noch Was Ah Schade Egal Oh Das ist jetzt Gemein Das ist Gemein Nein Ich will Ja Sicher 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 Ja Ich habe die Flügel Sehr schön Wenn ich richtig liege Schaffe ich es Vielleicht doch noch Ah Die Jetzt Brauche ich Nicht Jawohl Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Moment Moment Hier Rüber Oh Okay Dann doch Ist Der nächste Level Ups Hab mich Vertan Nein Nichts Da Ich Flüchten Aus Super Mal Lekt Einzel Musik Oh ja Oh ja Wenn hier Auch Kein Secret Ist Dann Muss ich Noch Mal Nachschlangen Hey Gezogen Mal Rein Hallo Ah Dachte Schon Hallo Rute Nein Verflucht Genau Das Sollte Nicht Passieren Ach Come on Oh geil Da ist noch was Da ist noch was Da ist noch was So Langsam Und aufpassen Hier Gute Ist auch was Ich Weiß Aber hier Oder auch Nicht Ich Habe Etwas Angst Wenn ich Ehrlich Sein Darf Achso Ok 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 Einfach Mal Schön Weiter Gehen Oh Du Lebst Gefährlich Ist das Schwert Nein Ist es Nicht Dafür Alles Verlieren Möchte Ich Nicht Oh Hier Steht Da Luft So Hier War Doch Ich Wo Ein Secret Ich Glaub Hier Rüber Fliegen Ja Hier 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 Ich Wusste Es Aber ich War mir Nicht Ganz Sicher Geil Man Muss Zwar Das Level Noch Einmal Machen Ja Ist Mir Völlig Geil Ah Man Braucht Die Blume Ok Farbe Wird Bestimmt Geil Mit Farbe Ja Jawoll Ja Ne Ist Klar Ich Habe Blume Fluren Heft Heftig 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 Ja Nein Abflug Ich Scheiß Auf Die Münze Hauptsache Weg Von Hier Nein Oh Junge Ich Habe 999 Münzen Ich Bin Gerade In Panik 999 Münzen Ich Gehe Ganz Schnell Zurück Ganz Schnell Wir Machen Dieses Welt Heute Fertig Versprochen Da Habe Ich Eh Schwer Bald Durch Glaub So Ein Part Noch Ungefähr Wenn Es Klappt Hier Benutze Ich Eine Safe Dead Weil Ich Weiß Ich Ob Das Wert Ist Oh Ja Ich Versuche Wie Wie Gib Es 50 99 99 Absuche Ich Bitte 99 Ab Ja Geil Oh Leute Oh 99 Leben Leute 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 Es war Geschombelt Aber Das Ist Es Wird 99 Leben Wow Echt Noch Nie Gehabt Weil Ich Spiel Das Immer Auf Die Gameboy Version Also Normale Gameboy Spiel Jetzt Auch Die Gameboy Version Ja Klar Aber Auf Normale Gameboy Konnte Man Nicht Spellen So Wie Hier Mann Ich Dachte Es Funktioniert Mit Mütze 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 So Ich Habe Angst Ja Geil 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 Ich Habe Noch Einmal So Es Ist Zwar Doof Level Immer Doppel Zu Machen Aber Mei Lieber 100% Als Die Hälfte Flieg Ja Wir Schon Einmal Gesehen Oh Das War Knapp Okay Ab Hier Wieder Normal Gehen Gehen Weiter Da Oben War Das Secret Und Jetzt Da War Auch Diese Pfeil Nach Oben Gezeigt Okay Okay Passt Mehr Wie 100 Leben Kann Man Nicht Bekommen Äh Mehr Wie 99 Geht Genau Bis 99 Leben Und Mehr Wie 99 Kann Man Nicht Tragen Bei Alle Anomale Spiele Vielleicht Bei Manchen Ja So Wie Geht Das Über Bei Egal Mario Game Ich Glaube Nicht Oder Hm Was Ist Das Ein Aal I Aber Schmeckt Gut Schön Geküllt Oder Geräuchert Hm Lecker Ne Keine Blume Die Karotte Ist Die Schönste Aber Er Fliegen Kann Yeah Einfach Fliegen 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 Ja Wird Nur No Ultra Instinct Ich Kann Damit Nicht Mehr Auf Es Ultra Instinct Ist So Geil Ein Besen Ein Besen In Der Luft Sehr Interessant Ähm Nein Ich Mag Keine Röhre Ich Vertraue Ihnen Nicht Daher Ab Zum Boss Das Ist Hexe Verflucht Bedarf Aus Ziel Trafikum Und Tschüss Mann Achso Aber Kotte Oh Ich Dachte Man Fällt Runter Naja Wenn euch Dieser Park Von Hat Lasst Da Abonnieren Abonnieren Nicht Vergessen Und Bis Bald Und Ciao Sorry Nochmal Das war Zu Schnell Also Lassen Damit Auch Davids Gefallen Hat Abonnieren Bitte Nicht Vergesst Freut Mich Immer Wieder Kommentieren Wenn Ihr Wollt Und Sonst Sehen Wir Den Nächsten Part Wieder Jetzt Hab Mich Besser Verstanden Bis Bald Und Ciao Bis 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 Bis